Ich erwisch sie voll und sie fangt nicht mal an zu brennen. Na, Reaver? Komm auch wieder. Naja, momentan sieht es ja noch sehr ruhig aus, was Luft angeht. Ähm, im Notfall habe ich Volker dabei. Ja, der kann dir auch noch Feuer-Schutz geben. Ich positioniere mich mal die Hüben auf dem Berg wieder. Äh, das ist relativ gute Aussicht. Hinter uns, hinter uns, äh, lebt. Äh, Sky von oben. Von vorne, äh, ich sehe es ja. Komm, haut drauf jetzt. Geht drauf. Habste, 87er. Dagegen macht die Walken halt einfach gar nichts. Ah, lebt von der Seite, oh, direkt vor mir. Boah, kriegt der mich noch? Ja, gut, ich habe kaum Schaden gemacht. Puh. Der ist stark. Hast du's? Ah, ich bin weg. Und wir verlieren wieder, äh, Forstfall. Wurde schon gecaptured? Ja. Ist zurück? Ich bin zurück, ja. Äh, das Guide ist da und im Spawn, also beim Punkt ist niemand. Ich kenne mich mal zurück. Also, die Lib ist hier. Punkt ist gecaptured, aber da ist noch einer. Hab ihn. Jetzt hat die Sky schon wieder gezogen, die wir gerade gekillt haben. So, es sind alle, hast du, ah, haben wir die Station zurückerobert? Ich hole mir nur die Sky Guard. Äh, ich wollte gerade abholen, okay. Oh fuck, da ist doch noch einer. Wurde ich dich abholen? Ja, kannst du tun. Dann kann ich mit der Volker schießen. Ja, okay, egal. Nimm mal, nein, weil das hat jemand schon wieder Liberator und den geht's. Ich hole mir Sky Guard, da sind zu viele da vorne. Ich brauche mehr Feuerpower. Tarn, äh, Tarnflash habe ich gerade noch weggemacht. Ich muss irgendwie die Magazine aufschauen, ich habe nur 70 Schuss. Ne, das kann es nicht, aber ich kann die Komplettmagazin Größe erhöhen, gell? Lebst du noch? Äh, ich ja, man sagt nein. Ich kann auch nicht. Drei Sky und eine Lib. Eine Sky ist hier schon mal weg. Eine, zwei. Oh, wo sind wir anders, als alle hätte es. Die Lib habe ich auch vertrieben. Aber bei uns in der Station sind jede Menge... ...er Spion an Joints. Guter, was wir jetzt haben, wir haben den Punkt erobert. Gut, dann können sie den anderen Punkt nicht mehr flippen. Also, wir haben ein Problem, wir haben Kämme, Digga. Und ich bin noch so schlecht mit der Sky Guard. Aber die macht richtig viel Damage, so. Die eine Sky brennt. Ja, da muss man einfach... Da muss man weit voraus. Eine Sky macht einen Abflug. Die zweite nehme ich aufs Korn. Weißt du, wir stehen hinten im Ding drin. Ja, ich seh dich. Aber die zweite macht einen Abflug. Die nächsten Korn gerade wieder bei denen. Ah, sie kommen nicht zum Fliegen. Also, da ist die Lib wieder. Ich erwisch sie voll und sie fangt nicht mal an zu brennen. Na, Reaver. Komm auch wieder. Kannst du dann das Spawn Beacon spawnen und bist... Ja, ja, gut. Ich glaube, wenn du Spawnhuben nimmst, bist du näher dran. Oh, oh, da ist sie schon wieder diese scheiß Liberator. Äh, nein, mein Lightning hat's verrissen. Die kamen im T-Flug. Ich hab's wieder nicht kommen sehen von hinten. Ich hab einfach zu wenig Einheiten, ne? Ja, zwei Weaver kämpfen zwar gegen die Sky, aber ich glaube, die haben keine Chance. Irgendwie sind die Sky... Drei... Es kommen wieder zwei neue. Vier Stück, vier Skyde fliegen hier rum. Ich hab mir gerade einen Sandy mit Doppelwolke gezogen. Ich komm mit rein. Ja, holst du mich ab? Ich stehe auf dem halben Wege. Pass auf, das sind vier Skyde. Fünf Skides. Und eine Lab. Ja, ich seh es. Fahle, ich versuch dich so. 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 Fahle, ich versuch dich so rüber, ein bisschen ins Gelände und dann beide in die Wolka. Da kommen sie hören. Fahle, ich versuch dich so rüber. Da kommt die erste? Welche gehen? Äh. die eine brennt wir bleiben auch eines galt weniger raus ich komme nicht raus ah scheiße ah Panzerkiller ja die scheißlip die geht mir so auf den Sack ja jetzt sind sie mich aufbekommen 716 es wird ein bisschen ein level hunderte alter wir kriegen 30 Sekunden der nächsten hm in 30 Sekunden der nächsten Doppelball Kazandi oder lieber Skyguards ich weiß nicht was hat mehr Panzerung Sandero auf jeden Fall weil ich habe noch Komposivpanzerung und dann haben wir eigentlich raus den meint ich oh da ist ein Skyde abgestürzt ja direkt gegen den Baum geflogen irgendwo kennt eine leichte ich weiß noch nicht wo sie sehen hinter uns geht in Deckung die Lipp kommt enthocht irgendwo kennt eine leichte das weiß ich nicht aber ja ich habe sie ich sehe sie tot kannst du oder soll ich mir ja aber soviel da ist kommt schon wieder die scheiß Ding weil Doppelball das ist eine gute macht extrem ja warte mal ich hole mal noch in Inchi dann kann ich auch ein bisschen mit reparieren so ähm so ähm ja so jetzt bin ich ich geh runter ja legt da irgendeine Panzermine nicht dass ich sehe nö so jetzt gehen wir bleib grad hier in der Nähe stehen am besten die kommen hier zu uns hinter uns brennt brennt die brennt auch ordentlich aber die kommt gleich wieder wir brauchen irgendwie eine höhere Position man muss es schneller sehen ja so macht das richtig da ist wieder eine brennt auch abgestürzt gut so und jetzt da kommt die Lipp da muss man sagen die Hand ist gut gelevelt dann kommt man auf den Berg hoch was hinter uns äh ich hier ah die ist jetzt nicht umkippen da kommt sie wieder ne ist eine andere aber die kommt direkt zu uns ah komm her sterb so ist brav jawoll haben wir sie gekillt ja kill ist es geschützt es ist geteilter Schütz ja das ist gut da hinten ist die andere rechts ja die kommt zu flach die muss hoch höher jetzt wir wahrscheinlich gleich noch von uns zu maxen von hinten sag ich doch und die ist tot ah ah doch und schon wieder hast du den kill gekriegt ah ah ich nicht hab ich ihn gekriegt cool glaub ich auf jeden Fall ich hab ihn nicht gegangen ich hab nur das gehört es ist kann sein dass die Maxen die von hinten von der Base aus schießen das kann sein ja wir sehen wir sie jetzt endlich mal los das müssen wir sie endlich mal los sind die scheißdinge dann soll man noch mal schnell die Maxen da kämmt einer auf dem Berg aber mehr in die Dinger wir können vorfahren jetzt glaube ich jetzt Luft ist jetzt clear danke noch mal schauen vielleicht nehmen wir noch beim Maxen mit wenn die wollen ah da kommt wieder ne Sky die sind die sind hässlich bei einer anti-air aber die lebt schon wie schon wieder ne lebt kann es zu leicht ziehen ja kann ich aber ja ne 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 Untertitelung des ZDF, 2020